Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute mal eine etwas längere Folge, ein längeres Video. Das könnt ihr euch auf YouTube anschauen, aber auch auf Spotify zuhören, wenn ihr möchtet. Der Spotify Link ist auch in der Videobeschreibung drin. Wir werden uns heute mal über die aktuelle Situation von WoW Classic unterhalten. Ich werde euch meine Meinung zu dem Spiel darlegen, über die Probleme sprechen, über die Sachen, die uns nächstes Jahr im Spiel erwarten werden, sprechen. Einfach so die aktuelle Lage von WoW Classic möchte ich in der heutigen Podcast-Folge mal gemeinsam mit euch beleuchten. Im Hintergrund seht ihr quasi gerade ein alterer Gameplay. Ich bin, wie viele andere auch, gerade am Ehrefahren und habe hier quasi ein bisschen Alltrag mal gefarmt und das läuft quasi im Hintergrund. Und genau, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Und zwar, ja Leute, die aktuelle Situation von WoW Classic, muss ganz ehrlich sagen, ich sehe viele Probleme und vieles hat sich nicht so entwickelt wie ich und ich glaube auch, wie viele andere sich das Spiel vorgestellt haben. Ich habe viele Jahre auf Privat-Folvern gespielt und war ein absoluter Classic-Fanatiker, habe mein ganzes Leben lang gefühlt WoW gespielt, habe auch mit dem damaligen Release in Europa mit WoW angefangen, habe also 2005 und 2006 auch schon WoW Classic gespielt gehabt. Von daher denke ich, kann ich das auch relativ gut beurteilen. Ja, was dazu führt, dass wir einfach momentan eine andere Art von WoW Classic haben, als wir es 2005 hatten. Welche Sachen dazu führen und was ich einfach problematisch finde momentan. Ich glaube einfach, das Hauptproblem von WoW Classic ist einfach, dass wir 2019 haben und nicht mehr 2005. Ich glaube einfach, die Leute spielen heute Allgemeinspiele, aber vor allem auch WoW und jetzt auch WoW Classic auf eine völlig andere Art und Weise. Und ich glaube, das führt einfach dazu, dass wir so eine Mentalität haben von den Spielern, von der Community, wie auch immer, die sich wirklich fundamental von der unterscheidet, wie wir sie 2005 hatten. Und das beste Beispiel dafür sehen wir eigentlich gerade im Hintergrund, wo wir quasi im Alltag einfach durchrushen, wo durchgerusht wird. Die aktuelle PvP-Meta habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, wenn WoW Classic ist einfach alteraktal durchrushen, sieben, acht, neun Minuten Win holen und maximale Ehre farmen. Die Leute versuchen jeden Scheiß zu maximieren. Sei es im PvE-Bereich, sei es im PvP-Bereich. Vor einer Woche war die Meta noch irgendwie World PvP, Ironforge, abganken, alle Flugpunkte abganken, Cargat abganken. Jeder ab Level 49 oder 48, glaube ich sogar, wurde abgefarmt. Ich selber habe auch sowas gemacht zum Teil, ich will mich da auch gar nicht rausnehmen irgendwie. Dann gibt es einen Patch, neuer Content kommt und die Meta verändert sich direkt, alle grinden den nächsten Shit. Ich finde es echt krank, was für eine übertriebene Grind-Mechanik einfach das Spiel momentan hat. Also das ist halt wirklich fundamental verschieden von dem, was man 2005 hatte. 2005 kamen die Leute von so einer Dark Age of Camelot, wie ihr das Spiel noch kennt, Mentalität irgendwie, wo es eher darum ging, ja, einfach coole, ausgeglichene Schlachten zu haben, eine Welt zu erkunden irgendwie und einfach sich auch Zeit zu lassen dabei und nicht immer so schnell wie möglich am Cap anzukommen und dann so, Anführungszeichen, so seine Ruhe zu haben, damit man dann irgendwie nicht mehr unter Druck steht und nicht mehr einloggen muss in der Woche. Ich glaube wirklich, viele haben immer so wirklich die Befürchtung, Shit, wenn ich jetzt nicht schnell alles so mir hole, was auch alle anderen holen, dann bin ich so hinterher und habe weniger Gier und mache ein bisschen weniger Schaden, habe so ein bisschen Nachteile und das will ich auf gar keinen Fall haben. Und jeder will so irgendwie gar nicht spielen eigentlich so einer Art, sondern jeder will eigentlich so effektiv wie möglich ganz schnell alles erreichen, abarbeiten, was man so machen kann im Spiel, damit man dann nicht einloggen muss so einer Art ins Spiel, also komplett hohl eigentlich. Und das machen sie dann und dann wird gerateloggt irgendwie, bis der nächste Content kommt und dann wird wieder ein paar Tagen, ein paar Wochen alles mega fett abgefarmt, damit man wieder seine Ruhe hat. Und ganz ehrlich, Leute, das kann es einfach nicht sein. Also ich habe echt die Befürchtung, dass sich diese Grind-Mentalität jetzt wirklich bis zum, keine Ahnung, Ende von V-V-Classic so durchziehen wird. Und ich glaube wirklich einfach, dass das die Hauptproblematik von dem Spiel momentan ist. Denn das Spiel an sich hat sich nicht verändert, hat sich nicht viel verändert eigentlich. Das ist ganz im Gegenteil. Da wurde sehr viel so beibehalten und die Leute wollten das ja. Die Leute wollten no changes und das habe ich schon vor dem Release von V-V-Classic gesagt, dass man sich nicht zu sehr hypen sollte und sich nicht zu fett drauf freuen sollte, weil dann wird man am Ende nur enttäuscht. Und dass es auch ein Problem sein wird, das habe ich auch gesagt, dass die Leute zu viel Wissen über das Spiel. Die haben zu viel, ja, einfach schon Erfahrungswert aus der Vergangenheit, wo sie selber V-V-Classic gespielt haben, viele, oder irgendwelche Guides im Internet, Tutorials, irgendwelche Rap-Seiten und man kann sich überall alles irgendwie holen. Und das führt dazu, dass die Leute einfach krass überinformiert sind, krass overgeared sind auch, was Inis angeht, was Raids angeht, was PvP angeht. Und dementsprechend ist einfach nur logisch, dass auch vor allem die Raids viel zu einfach sind und überall einfach nur durchgewascht wird. Vielleicht hätte Blizzard echt einfach vor dem Release die HP-Werte in Moltencore vor den Bossen und auch von allen anderen Raids und so weiter, die noch kommen, anpassen sollen. Einfach sagen sollen, Leute, ja, das war damals so irgendwie und Punkt oder so. Ja, gar nicht so einfach irgendwie so tun sollen, als ob es wirklich damals so gewesen wäre, damit die Spieler jetzt eine authentische Classic-Erfahrung vom Schwierigkeitsgrad her zumindest hätten, was den PvE-Content angeht, was die Dungeons angeht und so weiter. Denn es ist einfach logisch, wenn die Leute ihr Gear so dermaßen optimieren und perfektionieren, dass es halt einfach keine Herausforderung sein kann, Moltencore zu raiden. Ja, und ein weiterer Punkt, den ich auch ansprechen möchte, ist einfach, dass natürlich die medialen Plattformen, Social Media, YouTube, Twitch, die ganzen Streamer, die YouTube-Tutorials, Videos, die ich selber auch gemacht habe, natürlich das nochmal verstärken und nochmal viel mehr dazu beitragen, dass ein Bild kreiert wird, wie man WoW Classic zu spielen hat. Jeder schaut den größeren Hardcore-Pvp-Spielern zu, keine Ahnung, die Apes-Leute, Monkey News, Mythos und so weiter und so fort, wie sie alle heißen, die jetzt 24-7 im AV rumgammeln, so wie auf jedem anderen Privatserver auch, sich Rang 14 erfahren werden. Und es ist einfach, alle nehmen sich daran ein Beispiel. Die Leute schauen Stay Safe zu, wie ihr mit Stammgruppen Alltrag durchrushed. Sie schauen Payot zu, Asmongold, wie mit 100.000 Gold so gefühlt rumrennt von irgendwelchen Leuten. Und es hat einfach alles irgendwie sehr wenig mit dem zu tun, wie man das Spiel eigentlich spielen sollte. Und ich glaube, es ist auch so eine Problematik, dass einfach so diese Streamer irgendwie immer so die Meta vorgeben und die Art und Weise, wie man WoW Classic zu spielen hat. Und viel zu viele Leute dann irgendwie denken, dass man auch das so machen sollte und es nicht anders machen kann. Ja, jetzt habe ich echt ein überwiegend negatives Bild von WoW Classic gezeichnet. Ist mir irgendwie auch klar. Das erschreckt mich selber auch irgendwie ein Stück weit, weil ich ja auch eigentlich jemand bin, der das Spiel immer noch sehr gerne spielt und auch mir auch hoffen würde, dass es noch relativ lange bestehen bleibt, dass vielleicht sogar auch Classic Plus noch kommt, also neue Content für WoW Classic und so weiter. Aber ich finde, man muss auch einfach mal offen und ehrlich sagen, wenn man irgendwelche Probleme mit dem Spiel irgendwie hat momentan, und die habe ich halt einfach. Und der Punkt von dem Video soll auch einfach sein heute, vielleicht den Leuten da draußen auch mal bewusst zu machen, dass man auch nicht immer das Optimum erreichen muss in dem Spiel. Dass man nicht immer irgendwie jeden neuen Content-Aspekt direkt in den ersten drei Tagen abfarmen muss und sich auch Zeit damit lassen kann, dass man auch suboptimal spielen darf. Denn ich glaube einfach, ganz ehrlich, wenn wir so weitermachen, wie wir das gerade machen, und jeder von uns das Spiel immer nur so spielt, dass man für sich selber das Optimum erreicht, dann werden wir uns alle wirklich den Spielspaß einfach nehmen an dem Spiel, ganz ehrlich. Das glaube ich wirklich. Wenn ich mir anschaue, wie viel Ehre die Leute jetzt farmen in der ersten Alltragwoche, da wurden Millionen Werte überschritten. Millionen. Und ihr seht es hier gerade, ich habe jetzt hier die Woche 170.000 Ehre gefarmt. Das ist jetzt auch nicht, ich weiß, ist das Wochenende nicht da und so weiter. Ich hätte auch mehr machen können. Aber trotzdem Millionen Werte zu erreichen, bedeutet einfach wirklich den ganzen Tag im Alterag rumgammeln. Man muss dafür halt nichts leisten in dem Sinne, man muss einfach nur seine Zeit dafür opfern. Aber so ist die WoW Classic nun mal. Das darf man auch nicht vergessen. WoW Classic ist einfach ein Spiel, was einen immensen Zeitaufwand für das Spiel belohnt. Ihr werdet dafür belohnt, wenn ihr sehr viel Zeit in dem Spiel verbringt. Und das ist auch nicht schlimm, vor allem im PvP-Bereich. Das ist auch nicht schlimm. Ich persönlich fand es später angenehmer, als die Arena-Ingame war, weil da eben auch maßgeblich eben der Skill von den Leuten abgefragt wurde. Und es eben nicht nur darum ging, wer am längsten vor dem Rechner hocken konnte. Und ich habe auch so letzte Woche, habt ihr ja auch vielleicht mitbekommen, immer mal wieder drüber nachgedacht, welche Ränge ich jetzt im PvP erreichen möchte. Ich bin Rang 7 aktuell. Habe selber noch nie wirklich gerankt. Habe auch vom Eresystem an sich, vom Ranking-Prinzip und so weiter, mit dem Bracket-One und so weiter, auch ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Ich glaube, mein höchster Rang war tatsächlich, war auch Rang 7 Mal auf irgendeinem Quartz-Server. Im originalen WoW hatte ich nie irgendeinen hohen PvP-Rang. Weil ich einfach Schüler war und keine Zeit für solche Geschichten hatte. Und ich habe jetzt letzte Woche drüber nachgedacht, welchen PvP-Rang ich eigentlich machen möchte. Das habe ich auch im Stream auf Twitch öfter mal gesagt. Übrigens, kleine Notiz am Rande. Mein Stream-Link ist auch in der Videobeschreibung unten verlinkt. Ihr könnt natürlich auch gerne mal vorbeischauen. Ich streame dreimal die Woche. Immer Dienstag, Donnerstag und Sonntag ab 18 Uhr. Überwiegend Goldfarmen und World PvP. Das ist übrigens auch so ein Punkt. Das ist auch einfach, ich möchte viel mehr World PvP in meinen Streams machen und nicht irgendwelche stumpfen Alltragsschlachten, wo man irgendwie nur so lang eiert. Also da werde ich mir auch nochmal was überlegen, wie ich das in Zukunft machen werde. Und da kommen wir auch schon auf den nächsten Punkt. Ganz ehrlich, ich hätte wirklich Rang 10 gerne gemacht. Ich hätte wirklich Rang 10 einfach mal gemacht. Sehr gerne. Mir ist blaue PvP-Set geholt. Das komplett blaue PvP-Set. Einfach, weil ich es von der Optik her cool finde. Ich finde es gar nicht so optimal für den Shurken. Generell ist der Shurker eine Klasse, die ein sehr starkes oder generell generell sehr starke PvE-Sets und auch Items immer bekommt. Also man kann mit dem PvE-Equipten-Shurken sehr gut PvP machen. Weil der Shurker eben darauf ausgelegt ist, sehr viel Schaden zu machen. Sehr schnell. Und das wird durch das PvE-Gier eigentlich noch unterstützt. Von daher, ich bin gar nicht so abhängig vom PvP-Gier. Aber ganz ehrlich, ich hätte einfach gerne mal Rang 10 gemacht. Weil ich einfach das blaue Shurken-PvP-Set sehr cool finde. Weil es auch nicht, wie bei einigen anderen Klassen, eine andere Farbe wie das epische Set hat. Sondern es hat genau das gleiche, also genau die gleiche Farbe. Was ich in dem Fall jetzt, wenn ich Rang 10 machen würde, positiv finden würde, weil ich dann eben die gleiche Gear-Farbe wie eine Rang 14-Shurke quasi hätte vom Set. Wenn ich natürlich jetzt Rang 14-Shurke wäre oder es machen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht so cool finden, weil ich mir dann denken würde, ey, das ist ja so mein einzigartiger Aspekt von meinem Rang 14-Gier. würde mir so ein bisschen genommen. Aber wie gesagt, deswegen würde ich es einfach cool finden. Und deswegen hätte ich halt gerne Rang 10 gemacht, weil ich das Set von der Optik her cool finde. Und auch, weil es momentan tatsächlich auch noch ein gutes Upgrade für mich wäre, das blaue PvP-Set. Weil ich auch einfach, was PvE angeht, sehr wenig Gear noch habe, auch wegen den Gilden-Problematiken, die ich so hatte, habe ich auch meine DKP verloren in der ersten Gilde quasi und dadurch musste ich jetzt quasi nochmal so neu anfangen, so eine Art. Und es dauert einfach so ein bisschen, bis man sich so so ein DKP-Polster aufgebaut hat und dann auch einfach Items bekommt. Von daher ganz natürlich, aber ganz entspannt. Ich sehe es auch nicht mal so ernst mit dem Gear. Ich habe kein Problem damit, wenn ich jetzt noch mehrere Monate mit blauem Gear rumrenne. Ist mir auch egal, wie gesagt, aber ich könnte das PvP-Set wirklich gut gebrauchen. Ich werde aber wahrscheinlich Rang 10 nicht machen, Leute. Denn, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute angefangen haben, Ehre zu farmen, wie viele Leute oder wie vielen Leuten ist quasi unglaublich einfach gemacht wird momentan, hohe Ehre, Ehrebeträge zu erfarmen durch die sehr, sehr einfache Art und Weise im Alterer Gear Ehre zu farmen. Man reitet einfach nur durch. Man kann sogar theoretisch gesehen nebenbei irgendwie arbeiten oder Wemi-AFK gehen, telefonieren, wie sie es schauen, keine Ahnung. Man muss wirklich im Grunde genommen nicht viel dafür leisten, um hier die Ehre zu bekommen. Anders als in einer Warspong-Stammgruppe zum Beispiel. Dann weiß ich echt nicht, ob ich da jetzt noch Bock drauf habe, mir Rang 10 zu erfarmen mit der Geschichte. Denn ich bin jetzt Rang 7, werde jetzt vielleicht die Woche durch den immensen Grind, den die Leute gemacht haben, weil natürlich jeder Dully in den ersten drei Tagen F40 werden möchte. Werd wahrscheinlich nächste Woche so Rang 7,5 erreichen, vermute ich mal. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich, um Rang 10 zu erreichen, wirklich, wirklich, ganz ehrlich, die nächsten drei Wochen vermutlich ja, meine komplette Spielzeit im Alltag verbringen. Und vielleicht ist auch einfach so ein persönliches Ding von mir, ich bin einfach kein BG-Liebhaber, vielleicht sind da die alteingesessenen PvP-Spieler auch so mehr dran gewöhnt und feiern das einfach auch und hätten jetzt auch sowieso nichts anderes gemacht in dem Sinne. Weiß ich nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand dann doch die, so komisch es sich vielleicht anhören mag, die Zeit, wo wir quasi World-Pvp hatten und man sich noch nicht mal mehr in Island Forge sicher gefühlt hat, war vielleicht auch zu krank und vielleicht auch übertrieben und irgendwie auch nicht geil in dem Sinne, aber vielleicht sogar geiler als das, was man jetzt hier machen kann. Einfach nur immer wieder die gleiche Kacke abfarmen im Alterac. Deswegen, ganz ehrlich, bin ich wirklich momentan am überlegen, ob ich meine ganzen Ranking-Pläne wieder einäschere und ganz ehrlich, Leute, einfach ganz entspannt UL-Pvp-Leute mache, einfach ganz entspannt UL-Pvp-Mache mit den Leuten, die man einfach in der offenen Welt trifft und fertig. Aber kommen wir nochmal zu dem aktuellen Stand von WWW Classic zurück. Ich habe jetzt schon erwähnt, dass ich einfach mit der Art und Weise, wie die Leute spielen spielen, mich eingeschlossen. Ich trage da auch zu bei. Ich versuche aber immer mal wieder das zu reflektieren und auch zu ändern. werden wir glaube ich alle nicht glücklich in WWW Classic. Das ist irgendwie komisch, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob Blizzard da irgendwas dran ändern kann, aber ich glaube, ganz ehrlich, man könnte nur etwas dran ändern, wenn man das Spiel verändern würde. Ich habe von Anfang an gesagt, ich bin nicht ausschließlich für No Changes, ich habe immer am Anfang gesagt, damit sich das Spiel so wie 2005 anfühlt, müsste man quasi geradezu Änderungen einführen. Damit die Leute eben nicht alles schon wissen, damit die Leute eben nicht alles direkt immer sich am ersten Tag überall holen können, weil jeder jede wichtige Info schon hat. Das Spiel ist immer noch sehr populär, es spielen noch sehr viele Leute. Natürlich hatten wir jetzt während der World-Pvp-Phase, die auch nicht ideal lief, klar, will ich auch gar nicht schönreden, sehr viele Leute, die auch gequittet haben oder zumindest auf jeden Fall pausiert haben, denke ich mal, da wir auch vielen Servern natürlich die sehr unschöne Entwicklung hatten, dass quasi komplette Fraktionen ausgelöscht worden sind, mehr oder weniger, es gab wirklich Einzelserver in Europa, wo die Horde im Grunde genommen komplett Ironforge kontrolliert hatte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ihr seid eingeloggt und ihr wurdet direkt umgelattet von drei, vier Schurken und die komplette Hauptstadt wurde von der Horde kontrolliert, weil es so ein krasses Fraktionsungleichgewicht gab. Auf Patchwork hatten wir es nicht so krank, auf gar keinen Fall, aber da waren auch Schurken in Ironforge und ich war ja auch in Kargard unterwegs und so weiter, aber es war nicht so, dass in Ironforge keine Ali-Spieler mehr waren. Die Schurken haben einen gekillt und wurden dann umgehauen von den Leuten, die da waren. Aber dass es wirklich so weit gekommen ist, dass quasi die komplette Hauptstadt von der anderen Fraktion übernommen wurde, das ist einfach, finde ich, ein Unding und hätte von Blizzard auf jeden Fall unterbunden werden müssen am Ende, finde ich. Auf jeden Fall hat diese ganze World-Pvp-Situation dazu geführt, dass das sowieso schon leicht kritische Reaktionsverhältnis auf einigen Servern, bestes Beispiel, zum Beispiel der deutsche Pvp-Server Lucifron, wo wir auch damit angefangen hatten und wo wir dann quasi von weggegangen sind, hatte vorher immer schon sehr viel Hordler und ja, durch diese ganze World-Pvp-Situation sind einfach so viele Ali-Spieler abgefuckt gewesen, dass sie quasi den Server gelieft haben, sind transferiert auf einen anderen Server, ich glaube Hardstriker, bin mir mir nicht sicher und jetzt haben wir da die Situation, dass sehr viele Ali-Spieler dorthin transferiert sind und wir dort jetzt quasi irgendwie 80% Alis und 20% Horde haben, das heißt, das Verhältnis hat sich genau umgekehrt und die Ali-Spieler dort werden aber auch merken, dass es auch nicht geil ist, wenn die Leute der eigenen Fraktion so krank in der Übermacht sind, das ist auch nicht geil, da braucht sich auch niemandem was vormachen, ja, die Spieler, die jetzt auf den Servern sind, wo noch 90% Horde sind, so eine Art und 5% Ali-Spieler, die sind auch am Arsch irgendwie, das wäre das allerschlimmste für mich, wenn ich im World PvP gar keine Gegner mehr finden würde, also schlimmer geht es gar nicht eigentlich, da bin ich lieber in den 5% quasi, wirklich, und das heißt, wir haben quasi jetzt eine Community auf vielen Servern, die extrem frustriert ist von der aktuellen Situation von V-World Classic, die, und das muss man auch ganz klar sagen, und das ist auch wieder, jetzt kommen wir quasi wieder zu dem Anfang von dem Video, die paradoxerweise durch das eigene Verhalten entsteht, indem man eben versucht, Ehre zu maximieren, die Gegner abfarmt, 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 immer neue Methoden sucht, um noch mehr Ehre zu bekommen, alles optimieren möchte in dem Spiel, und immer vorne mit dabei sein möchte, und so weiter, und so fort. Das Ding ist halt aber nur, wir können den Spielern, wir können uns selber auch keinen Vorwurf machen, das Spiel so zu spielen, wie es uns eben möglich gemacht wird. Ja? Jeder möchte nun mal eben Maximalprinzip, das ist ein ganz allgemein bekanntes Prinzip auch, wonach sich einfach auch Menschen in Gesellschaften quasi verhalten. Wenn nun mal einfach die einfachste Methode ist, dass man als Schurke zum Beispiel in Ironforge oder Leute, die beim Flugmeisterland in AFK sind, dann irgendwie noch, wenn man die eben abfarmt, und dadurch sich eben einen Vorteil im Standing, im Ehre-Ranking holen kann, dann werden die Leute das eben auch machen. Es sei denn, der Staat so eine Art, in Deutschland zum Beispiel, sanktioniert die Sachen und schreitet ein. Deswegen haben wir quasi hier auch in Deutschland, jetzt sind wir ein bisschen auf Topic, nicht nur eine Marktwirtschaft, sondern die sogenannte soziale Marktwirtschaft. Das heißt, wenn der Staat merkt, oh, hier kann sich der Markt nicht selber regulieren, dann müssen wir irgendwie einschreiten, dann ändert der irgendwie was. Dann gibt es irgendwie mehr Steuern oder Subventionen und so weiter. Oder irgendwelche Gesetzesänderungen. Und genau so ist es eigentlich auch in WoW, wenn sich die Spieler nicht mehr selber regulieren, wenn also eine Fraktion so krank die Übermacht hat auf dem Server, dass es weder für die übermächtige Fraktion cool ist am Ende, noch für die Fraktion, die quasi, ja, quasi von der anderen dominiert wird so eine Art, dann muss quasi der Staat, beziehungsweise hier in dem Spiel Blizzard, beziehungsweise die Serverbetreiber, die Inhaber von dem Spiel müssen eingreifen, und was ändern. Und jetzt sind wir in der Lage, dass quasi die Schlachtfelder draußen sind, die Bällegrounds sind am Start und was natürlich das World PvP angeht, hat sich auf jeden Fall viel zum Guten gewandt, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen zu gut zum Guten gewandt hat, weil quasi jetzt gefühlt gar kein World PvP mehr geht und auch generell gefühlt außerhalb von Raids gar keine anderen Aktivitäten mehr gehen, da wirklich quasi gefühlt jeder und dessen Mutter momentan im Alter da rumgammelt. Aber ja, ich denke, am Ende des Tages ist es trotzdem eine gute Geschichte, dass die Battlegrounds quasi früher gekommen sind, um einfach da ja, den World PvP wirklich an der Stelle in der Art und Weise, wie wir ihn gesehen haben, zu beenden. denn das war einfach zu krank, Leute. Ich denke, da wird mir hier dazustimmen, das war einfach zu krank. Trotzdem finde ich, sind wir jetzt momentan nicht in einer Situation, wo man sagen kann, hey, dem Spiel läuft alles rund, alles ist top. Das finde ich auf gar keinen Fall. Mit dem heutigen Video wollte ich einfach mal so ein bisschen die aktuelle Lage von WoW Classic ansprechen, meine Meinung auf die ganze Geschichte werfen und vor allem auch diese Problematik, dass eben das Spielerverhalten dazu führt, dass das Spiel nicht so ist, wie wir uns eigentlich das wünschen würden. Und damit möchte ich euch im Grunde genommen alle auch mal dazu anstacheln, wie auch immer, dass man auch mal vielleicht überdenkt, wie man WoW Classic spielen sollte, wie man andere behandeln sollte im Spiel und ja, was man vielleicht auch von Blizzard in den folgenden Wochen, Monaten, wie auch immer fordern sollte. Und ich finde einfach, es hat sich gezeigt, dass wenn man einfach nichts an dem Spiel ändert und die Leute einfach auf den Content und auf das Spielprinzip so eine Art von 2005 loslässt, dass einfach der Spielspaß irgendwie drunter leidet, weil jeder immer nur alles optimiert und es maximal raus holen möchte und nicht im Vordergrund steht, das Spiel zu erleben, neue Sachen zu erkunden, weil man einfach nichts Neues erkunden kann. Es gibt ja eben in dem Sinne, außer für die Leute, die quasi noch nie vorher Classic gespielt haben, gibt es ja eben keine Sachen, die irgendwie neu, komplett neu wären, wo man komplett überrascht wäre oder so. Von daher hoffe ich einfach im Grunde genommen das Blizzard ganz ehrlich, muss ich wirklich mal so klar sagen, so schnell wie möglich eigentlich realisiert, dass man Veränderungen im Spiel braucht. Ganz ehrlich. Ich bin wirklich dafür, dass wir nicht bis zum Ende von Laxxramas irgendwie das Spiel von 2005 bekommen. Nicht, weil das Spiel nicht gut wäre, das Spiel ist eigentlich mega geil, so wie es quasi war, aber einfach, weil die Spieler sich verändert haben. Weil wir 2019 haben. Weil wir auf eine andere Art und Weise auch Computerspiele spielen. Bessere Hardware, bessere Software, besseres Internet. Social Media, Twitch, YouTube, Streamer, Google, all diese Sachen gab es in der Form noch nicht so ausgeprägt bei Mulies vom Spiel. Und ganz ehrlich, ich würde mir einfach wünschen, dass Blizzard wirklich auch in der Art und Weise realisiert. Denn ich weiß nicht, also ich weiß echt nicht, ob ich persönlich da jetzt wirklich Bock drauf habe, bis Ende 2020, so lange würde es ja ungefähr dauern, wenn wirklich alle Gilden Laxxramas durch hätten, würde ich so ungefähr vermuten. Vielleicht auch im November so, keine Ahnung, ungefähr. Ob ich so lange das gut finden würde, wenn wir einfach alle Nucleatic spielen würden. Ich würde es glaube ich viel besser finden und es wäre einfach auch viel geiler für uns alle, wenn einfach Dinge geändert werden würden. Ganz ehrlich. Geändert, damit es eben mehr so wie 2005 ist. Das ist das Paradoxe an der Situation. Ich glaube, Blizzard muss wirklich einige Dinge ändern, damit es sich wirklich quasi wie ein gutes Spiel anfühlt. Die Spieler haben einfach zu viele Möglichkeiten, um ihr Gier, ihre Situation im Spiel wie auch immer zu optimieren und dadurch einfach den Spielspaß wirklich aus dem Spiel weg zu optimieren. Es ist halt einfach die Wahrheit. Die Leute versauen sich selber mit ihrer Art und Weise wie sie momentan spielen das Spiel und ich will jetzt aber gar nicht so übertrieben negativ sein. Ich möchte einfach nur auf die Probleme hinweisen und das war eigentlich die Message von dem heutigen Podcast und dem heutigen Video. Ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn wir vielleicht in den Kommentaren eine konstruktive Debatte darüber haben könnten. Einfach mal so, dass man wirklich mal so überlegt, ob das wirklich sein könnte, dass man sich selber ein Stück weiter das Spiel kaputt macht mit so einem Verhalten. Aber dass es halt auch einfach logisch ist, dass man den Leuten gleichzeitig auch keinen Vorwurf machen kann, dass man sich eben so verhält. Ich mache das ja auch, ich farme auch Ehre. versuche auch natürlich das Optimum in einigen Bereichen zumindest für meine Charaktere rauszuholen. Auf jeden Fall, das ist ja auch menschlich, ist ja auch natürlich. Nur wir sollten vielleicht uns einfach dass man deswegen diese Veränderung, dieses Zufallsprinzip im Spiel braucht, diese unbekannte Variable, damit wir auch irgendwie mit Spaß dieses Spiel spielen können. Und deswegen wäre es cool, wenn wir in den Kommentaren wirklich konstruktiv über die ganze Geschichte debattieren könnten, dass ihr vielleicht auch mal Vorschläge machen würdet, was man eigentlich ändern könnte, würde mich auch mal interessieren. Denn ich glaube einfach, wenn das jetzt wirklich bis Ende 2020 so weiterläuft, ja, weiß ich nicht, Leute, ob wir so mega fett Freude dann an dem Spiel haben werden. Wie gesagt, stand jetzt gibt es auch für mich kein anderes Spiel, wo ich jetzt fett sage, das würde ich dann stattdessen spielen, ich bin immer noch im Hype, ich finde es immer noch ein mega cooles Spiel und ich bin auch ganz ehrlich immer noch mega dankbar, dass Classic überhaupt gekommen ist. Das darf man auch nicht vergessen, es ist einfach schon krank, dass Blizzard überhaupt Classic nochmal gebracht hat. Da darf man auch einfach seine Erwartungen nicht zu hoch schrauben, dass da direkt neuer Content, kranke Inhalte kommen und so weiter. Und die das auch alles direkt realisieren, was ich jetzt gerade hier so gesagt habe. Ja, auf jeden Fall, das darf man nicht direkt erwarten. Deswegen möchte ich aber mit so einem Video wie heute einfach nur die Debatte dazu anregen und ja, das war das Thema zum aktuellen Stand von BWL Classic. Es ist nicht tot, ich spiele es weiter, ich habe weiter Freude dran, ich freue mich auf BWL, ich glaube nur, wir können eine bessere Erfahrung bekommen, wenn Blizzard die Eier hat und Changes implementiert. Wenn Sachen verändert werden, sei es HP-Werte von Bossen in PvE-Instanzen, sei es irgendwie, ganz ehrlich, Änderung vom E-Resystem, ganz ehrlich, bin ich wirklich, ganz ehrlich, dass man es irgendwie mehr auf Skill auslegt, bin ich mittlerweile deutlich risikofreundlicher, was sowas angeht. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare und danke auch an die, die auf Spotify nur zugehört haben. Ich hoffe, euch hat die heutige Podcast-Folge gefallen, ihr hattet eine schöne Autofahrt oder irgendwie einen schönen Spaziergang mit dem Hund oder wie auch immer. Und ich will auf jeden Fall jetzt über die Weihnachtszeit auch öfter wieder Videos machen, deswegen produziere ich auch jetzt ein paar Sachen gerade vor. Es werden öfter auch jetzt auf jeden Fall Podcast-Folgen kommen, das heißt, auch gerne auf meinem Spotify-Podcast mal ein Follow da lassen, der ist auch unter jedem YouTube-Video verlinkt. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge oder im nächsten Video auf YouTube-Video und ja, sagt mir gerne mal eure Meinung zur aktuellen Lage von VW Classic und bis zum nächsten Video. Euer Defiler. Ciao, ciao. Ich bin echt